ich schieße die ganzen elektro dinge und die machen den feil gar nichts wd rückzug hab ich immer verschossen irgendwo sind immer pigmen schwierigkeiten mit den roten hier agieren soll oder was das heißen so das ist leer auf jeden fall hat da viel in der mitte noch eine frucht muss nur noch ausfüllen wie ich den platt mache nächste barriere müsste irgendwo ganz weit oben sein ach nee da tausche ich nochmal ich sammle dafür noch den roten hier ein muss herausfinden wo ich hin muss wird über beide brücken wieder probiere ich nochmal hier könntet schon mal verdammt da ist wieder so ein feuer ding dann lass ich es bleiben bevor ich die wieder aufteile und dann überall welche verrecken und ich gar keinen überblick mehr hab noch mal noch mal zwei Okay, ich muss die Augen unweifen, ist ja geil. Nein! Das ist Konzentration. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. nur drauf Oh oh. Ich habe keine Lust mehr zu verlieren. 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 zehn sekunden das klappt wahrscheinlich nicht mehr doch die ersten sitzen zu haus so langsam kreisen ist mir alles egal ich muss noch mal weniger kommt wie gerettet und jetzt können wir noch ein bisschen ernten und der weg ist für die elektro fischer frei jetzt habe ich aber mehr als 100 110 oder so rote pikmin fällt da jetzt fast nur voll was habe ich geschafft zwei früchte zwei früchte mini boss eine barriere wenn die sternfrucht ist anscheinend komplett neu die höcker frucht schon mal war das jetzt eine zitrone oder wird was nicht aber es war auch die letzte zweimal das gilt auch nur als halbe also zwei halbe habe ich jetzt gefunden dass dann eine ganze aber unsere vorräte fühlen sich wieder mal gespannt was jetzt wieder für eine message kommt 140 150 189 rote noch mal gut aufgestockt nach dem ich in einem kampf so viele verheizt habe selbst pikmin die ins wasser geraten und in panik ausbrechen ausgebrochen sind kann man mit der pfeife rufen sie kehren dann zum anführer zurück auch bei pikmin die aus anderen gründen in panik ausgebrochen sind scheint es mir das beste zu sein sie sofort mit der pfeife zu rufen ach nee jetzt kann ich auf dem pet die kommt eine komplette tageswiederholung anzeigen lassen das merke ich jetzt ok kann ich die genauen bewegungsabläufe von einem tag wiederholen wofür keine ahnung 15 16 17 noch drei früchte ich weiß gar nicht wieviel tage ich jetzt schon auf dem punkt verbracht habe aber springen wir direkt pflücken wir die roten aber was für die barriere wegzumachen und was zu kämpfen ich hoffe mal klappt das hier müssen wir hin